und damit begrüßen wir euch recht herzlich zurück zu einer neuen folge von nether nether genau wir sind im neta wir sind hier irgendwie wieder am arsch der welt goose island sollen wir mal in die andere richtung gehen high rise da so also in diese richtung haben wir genug wasser wasser ja wir haben gar kein wasser doch doch ein wasser pinnen haben wir noch und futti futti und essen futti futti oder yummy yummy ist voll neblig kann das sein da waren wir noch nie ist es immer so das ist eine gute frage das kann ich dir nicht sagen ich habe das gefühl der hat voll den tunnelblick kann sein unser kollege hier schmatzt doch nicht immer so es ist ja ich glaube du solltest weiter rechts nicht finden nicht zu weit links wir sind am richtigen weg ist heute ganz komisch irgendwie die sicht ist das kommt ja was wird nicht richtig hell rechts über diese komische brücke ja ich glaube das ist vom zug oder so müssten schienen sein ja jetzt habe ich auch so noch nichts gesehen was natürlich unter anderem die sicht schuld ist obwohl wir ganz ehrlich ich finde das gut ja das sieht nicht schlecht aus wie viel los kann ich viel los heute ich finde dass wir haben auch nichts verändert irgendwie also nein ich hatte ja mit mich schon mal beschwert dass immer nur die sonne scheint tagsüber und nacht ist es halt nicht da es könnte auch mal regnen oder so deswegen finde ich das gar nicht mal super hier ist voll neblig aber so richtig ich finde ich finde es lichtet sich langsam ich finde es gut ja ist nicht schlecht ist mal was ganz anderes genau vielleicht geht ja auch gerade erst die sonne auf und es ist noch ja das kann natürlich sein dämmerig nicht vor ja die wolken vor der sonne ist ja logisch ja es kann ja ja das kann ja auch nicht gehen nicht jetzt hat ja keine beine wie ist das da will sich wir müssen das für ein riesen gebäude da da waren wir auch noch nicht also in der ecke waren auf jeden fall noch nicht wir müssen dann wahrscheinlich über den bahnhof hier gehen aber noch ein paar die warten mal ja die waren jetzt kommt nicht mehr ich glaube die warten auch noch was länger ja da bin ich mir fast sicher gut da kommen wir nicht weiter wir kommen hier gar nicht raus wir sind irgendwo im nirgendwo wieso willst du da überhaupt jetzt her du guck guck warum gehst nicht weiter über die schien ich wollte ja du bist der wiesnast ne ja ja ich muss immer alles erforschen ja ja ach erforschen musst du da rüber würde ich gern mal gehen ja dann mach das doch du musst jetzt weiter das ist ja mal bitte wenden unser navi hat gesprochen ja dann wollen wir noch mal gegen macht das sieht aus wie ein sparkassengebäude ja ein bisschen ne da ist die sparkasse drin da ist alles voller wasser hier findest du keinen eingang weil hier alles voller wasser ist ja andere seite na gut dann eben nicht gehen wir mal weiter doch wow was ist denn das hier für ein das ist aber so richtig ne außerhalb ja 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 alter schwede komm und gucken wir mal aufs kärtchen wir sind auch einen ganz guten weg ja wir müssen gleich wieder rechts rum und dann kommen wir in den oberen Zipfel da 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 und wieder mal auch Schwede nicht los das heißt nichts ja ich kann mir gut vorstellen dass es gleich wieder so da rechts ist Murilla wo da auf der bahn ok dass ich mir das wünsche dass nichts durch ist warte mal wir könnten ja jetzt mal eigentlich ja könnten wir unser supergewehr ausprobieren ach mit dem mit dem zielen meinst du ja wo ist er denn da da ist er da da ist er doch wuup wuups jetzt kommt er ähm Der ist aber schlecht drauf. Okay. Der ist jetzt nicht mehr so gut drauf, glaube ich. Wir haben jetzt, glaube ich, drei Köpfe von dem. Ja, wir brauchen aber fünf. Nee. Sicher? Aber sowas von sicher. Ja, da kommen wir jetzt gleich. Wo ist denn das? Ist das vielleicht das Riesengebäude, da? Das habe ich auch schon überlegt. Das wäre möglich, ja. Wir gucken mal. Wir gehen mal hier runter, wa? Auch wenn du meinst? Ja. Solange mich nicht gleich wieder irgendwer erschreckt, ist das schon in Ordnung. Ach, guck mal, eine Blume. I did those. Beim Blümchen im Sonnenlicht. Ja, aber ganz schön, ne? Das war aber... Wollen wir jetzt darüber philosophieren, was für eine Blumeart das ist? Das war eine Mini-Sonnenblume, oder? Werde ich? Gar nicht. Sonnenblumen sind innen drin, dunkel. Boah. Boah. Sollten wir jetzt gucken nochmal. Das ist... Das ist das Outpost. Ja. Aber es macht nicht blind die Bildung. Wo ist das nicht? Wo ist der Eingang? Wie gut, dass wir hier noch nicht waren. Wir sind in der Safe Zone. Ja, schön, jetzt muss man nur noch den Eingang finden. Da vorne. Oder? Ne. Wir sind mal drüber rum. Wir sind auf jeden Fall schon safe, oder? Wir sind safe, ja. Aber wir kommen hier nicht rein. Oh, lauf mal rein. Irgendwo muss ja ein Eingang sein. Aber keiner schlecht dahin fliegen, oder? Das ist natürlich sehr schlecht, ja. Finde ich. Aber wir können ja auch nicht mehr laufen, weil wir im Moment keine... Denn das ist ja nicht schlimm. Wir haben Zeit. Oder bist du unter Zeitdruck? Nein, nein, nein. Ne? Hier ist der Eingang. Na, also. Wollen wir nochmal kicken, ne? Der ist aber recht groß, ne? Ja, der ist verdammt groß. Wow. Und ist auch... Ach, jetzt nicht mehr nicht los. Gucken wir mal. Es wird dunkel. Aha, okay. Ne, das wollen wir nicht. Wie, es wird schon wieder dunkel. Also, mich wundert, dass das nicht... Ach, da, da leuchtet es doch. Ach, da kann ich sagen. Ist ja aber... Wo ist denn hier der Rest? Ja, guck einfach mal weiter. Was? Ich glaube... Ich glaube hier nicht, ne? Ich wiese nicht. Schwer zu sagen, ne? Naja, aber so hat man wieder mal was zu erkunden, ne? Ja, was ganz Neues. Das ist cool gemacht hier. Kleiner Entdecker, du. Ja. Die ist riesig, die Safe Zone. Guck mal her. Alter Schwede. Warte mal, was ist das? Wo piepst du denn das? Haben die Dinger das vorher auch schon gemacht? Ne, eigentlich nicht. Was heißt das? Das weiß ich nicht, was das heißt. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ach, Escort. Vielleicht liegt es ja daran. Oder? Was ist denn das? Da ist der Wohnwagen. Sehr schön. Guck mal gucken, ne? Guck mal in deinem Global Inventory. Ja, geht ja nicht. Ach so, geht ja nicht. Nimm dir nicht an. Can fire in the Safe Zone. Ja, das habe ich schon verstanden. Wir können nur hier anklicken, aber wir können nicht... Was ist denn denn für eine A-A? Wir können hier irgendwie gar nichts machen. Ja. Nö, geht nicht. Ey, die Safe Zone ist kaputt. Ja, aber auch so weit von kaputt. Dann guck doch mal. Vielleicht da, wo es gepöpst hat, dass das eine Escort-Buschen ist. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Warte mal. Weil da... Oh, jetzt ist er... Ja, der war bestimmt der letzte Rest vom Schützenfest. Warum das hier nicht geht? Warum das hier nicht geht? Ja. Ja, vielleicht ist das ja woanders. Da. Keine Ahnung. Hm. Komisch. Ich werde gern mal was kaufen. Ja, so kann man auch Geld sparen. Super. Ich will aber kein Geld sparen. Ich will was kaufen. Die wollen unsere Kohle nicht. Oh, guck mal. Da eiert auch einer rum. Na? Wo ist er hin? Ich habe ihn genau gesehen. Da ist er doch. Ach da. Ja, der sieht so aus wie wir. Ne. Okay. Und geil, die Bussi. Kannst hier nichts kaufen, Kollege. Na, wir gehen mal weiter gucken, wa? Mhm. Wir gucken mal hier drüben. Ja. Where the word in Victoria here. I don't know. Tja. Äh, chub, chub, chub. I don't know. It's my first time too. Tja. Ja. Wir können nichts craften. Ah, ist das ein Kack hier, ey. Und hier können wir wahrscheinlich auch nichts machen. Drei Pfannen hätten wir gebraucht. Hm. Okay, das ist schon mal was, was es in der anderen Safe oder in der anderen kleinen nicht gibt, ne? Nee, das ist das Trading da. Aber warum kein Globo in den Wind fahren? Ich weiß es nicht. Was ist da in der Eierfrau? Keine Ahnung. Ja. 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 Bei ihm funktioniert es auch nicht. Das heißt, das ist dann... Ja, das ist das Spiel, was wieder spackelt. Entweder das oder es ist wahnsinnig. Kannst ja mal schreiben. Did you find? Ja, ich weiß gar nicht, wo der ist. Ja, deswegen meine ich ja Fragen. Es ist eigentlich gar nicht viel los hier, ne? Ja, da war keine Einladung. Da ist er wieder. Ja, da scheint das Spiel zu sein, was heute dann uns nicht gut gesonnen ist. Komm, wir erkunden noch ein bisschen die Safe Zone hier. Meinst du, wir finden doch noch was? Ja, ich glaub's zwar nicht, aber komm, wir gucken mal ein bisschen rum. Die ist ja auch schon verdammt groß. Erinnert mich so ein bisschen an die... An die ganz große, ne? Ja, Lexa. Ne, da ist wieder Ausgang. Schätzelei. Sehst du? Okay. Dann gehen wir einfach weiter. Wo willst du jetzt hin? Da unten, Pulaski. Wir gehen in diese Richtung hier. Na gut. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Wir nehmen mal ein bisschen Wasser. Das ist so unser letztes gewesen. Das macht nichts. Wir schaffen das schon. Ja, haben wir ja jetzt voll. Aber es hört sich irgendwie doof. Ja, das ist total bescheuert. Da ist wieder irgendwas nicht in Ordnung. Ist da hinten was? Monstermäßig? Ja, genau da. Ja. Siehst du das? Ja. Moin. 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 compiiin, coinii. Weißt? Sofortuhr der her kommt, ne? Kommt den Klenner? Das ist ein Hunter, ne? Ein Schreier. Nein, da ist nichts Rotes, du hast mir was von Rot erzählt. Level 30. Der war geil. Schön. Da hatte Spaß. Der war cool. So, wir gehen. Ja, das fand ich richtig geil. Ich glaube, der Recht ist noch mehr. Ja, da, da kannst du, genau, da geradeaus. Hä? Ja, ich frage mich immer, warum er... Ja, genau, da irgendwo in die Richtung war es. Jetzt ist es wahrscheinlich hinterm Berg irgendwo. Walker Walter, GZ. Hä? What do you mean? Wir sind Noobs. Wir wissen das nicht. Send you a group invite. Wo, wer wann? Na, der Walter Wacker. Ja, dann willst du annehmen? Ja, wir können ja mal gucken. Wir sind hier am Arsch der Welt. Wo der denn? Ach, zu Scheiße. Am Arsch ist der. Der ist so richtig am Arsch. Naja, eigentlich sind wir am Arsch. Ja, wir sind auch im Arsch. Äh, am Arsch. Ja, das ist... In the Outer City. Nein, nicht Outer City. Outer City. Ja, da nehmen wir gerade mit auf, ne? Ja, obwohl, wir sind es ja schon irgendwie. Out. Was ist denn das hier? Ja. Das ist das Stonehenge von... Von Takatuka-Land. Von Takatuka-Land. Du bist auch Takatuka. Wir sind hier irgendwo an einem Gebäude. Ja, das war vielleicht mal von den Brücken gedacht oder so. Ja. Ach, wir gehen mal da rüber. Komm. Das sieht ganz einladend aus oder auch nicht? Ja, meinste. Einladend. Ja, ist doch alles schön hier. Ja. Wir haben wohl wenig Gegner bis jetzt, ne? Einmal der... Ja, die pennen alle, glaube ich, noch. Der Gollum und hier der Hunter. Ja. Hier ist nix. Hier ist total nix. Total nix. Total nix. Totale Hose tot. Vorhin, als du da runtergepft bist, hat er ja auch so ein lustiges Geräusch gemacht, unser Kumpel hier. Da habe ich gedacht, da wäre irgendwo ein Kopfkotz in der Nähe. Gibt nicht. So. So, mal gucken wir mal. Hallo. Weil Kicken kostet ja nix, ne? Nee. Wir sind hier am Arsch der Welt gespawnt. Ja, das ist ja nicht schlimm, oder? So kommt man auch mal rum. Ich glaube, wir müssen ganz nach oben. Um was zu finden, meinste? Ja. Ja. So fern. Was vorhin? Auf jeden Fall wird die Aussicht da oben gut sein. Ja, da ist auch Sonne. Sonne! Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnenbau. Da ist schon mal ein Spind. Ja, sicher. Ja, da ist schon mal ein Spind. Ja, sicher. Ja, das ist schon mal vorher. Ist das irgendwie ein Topf, eine Pfanne? Ach, wir haben schon wieder hier. Ja, schön. Ja, rein theoretisch wieder zurück zum Outpost und die Tippen und die Pfanne, aber es bringt uns ja nichts. Ah, hier ist Anna was, hier ist Anna was. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch finden. Chub! Oh, schön! Jui! Bandage und Insekten. Papier! Wir haben wieder Klopapier gefunden. Ja! Was haben wir hier? Oh, Ammo! Geil! Tja. Und wir haben hier irgendwie ein Mechanismus halt, ein Mechanismus gefunden. Hier weiter? Nee. Hier, der, ne? Ja, Burst-Missions. Ne, 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 ne. Was ist das? Geil, da können wir uns eine neue Waffe basteln. Ja. Wo gehen wir denn dann mal gucken? Ja, ich danke mal. Wir machen heute ne kurze Folge. Du dankst mal. Ja, gut. Ich danke mal. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Dann etwas. Na, da muss sein. Mann, mach doch mal mit, Alter. Entschuldigung, ich war gerade so konzentriert. Ja, ja, natürlich. Auf meinen wunderschönen Gesang, nicht wahr? Ja, selbstverständlich. Gut, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt einen kleinen Break. Ja, den machen wir. Besser ist das. Wir brechen einmal ab. Wir brechen. Wofür der Kubus einschläft. Nein, ich schlafe nicht ein. Wir haben ein bisschen was gefunden. Ja, genau. So, und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder am Arsch der Welt spawnen und uns durchbauen müssen. Durchkämpfen. Durchkämpfen, okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.